Oh ja. Real Music Gypsy Party. Ja, stell dir doch mal sowas vor. Real Music Gypsy Party. Hat man da noch Töne? Sadio und ne ganze Band. Dianne Prativi. Vom East West European Jazz Orchester. Also eine Top-Vokalistin. Und Andy Baxner am Schlagzeug. Gelernt hat er bei Ricky Lawson. Mark Seguidi, ein unglaublich talentierter Junge, du musst ihn unbedingt hören. Und natürlich Hugo Richter, aber den musst du selber hören, ist der Knaller.